US-Außenminister Rex Tillerson ist nach zwei Stops in Japan und Südkorea auch in China mit Präsident Xi Jinping zusammengekommen. Thema der Gespräche ist die Sicherheitskrise in der Region. China warnt vor einem Frontalzusammenstoß mit Nordkorea. Die USA hingegen wollen den Druck auf Pyongyang erhöhen. Nordkorea verhalte sich böse und China-Unternehmen wenig, um zu helfen, schrieb Präsident Trump auf Twitter. Tillerson betonte in Peking nun den Dialog mit China im Sinne eines besseren gegenseitigen Verständnisses fortführen zu wollen. Auch Chinas Außenminister Wang Yi betonte im Rahmen eines Treffens die Absicht seines Landes, sich um eine friedliche Beilegung des Konfliktes zu bemühen. Doch nach zwei Atomversuchen und über 20 Raketentests durch Nordkorea im vergangenen Jahr gibt es fundamentale Differenzen zum Umgang mit Pyongyang. China will die geplante Aufstellung eines neuen US-Raketenabwehrsystems auf südkoreanischem Boden nicht akzeptieren, fordert ein Ende der US-Manöver, aber auch ein Ende der nordkoreanischen Tests. Erst am Sonntag berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur von einem erfolgreichen Test eines stärkeren Raketentriebwerks.